Hallo liebe Gamescom-Freunde, mein Name ist der Kurze und heute erzähle ich euch, wie man YouTuber auf der Gamescom-Videoday treffen kann. Also, ich wurde gefragt in den Kommentaren, wie treffe ich YouTuber oder wo kann ich sie sehen, wie komme ich da ran. Also, es gibt so, ich habe mal unterteilt in fünf Möglichkeiten, wie man YouTuber treffen kann. Also, wir sind ja auf der Gamescom hier, die Gamescom ist von 13 bis zum 17. Die erste Möglichkeit wäre, die YouTuber machen ein YouTube-Treffen auf der Gamescom und sagen dann über ihren YouTube-Channel Bescheid oder Facebook-Seite oder was ich, sagen Bescheid, wo und um welche Uhrzeit sie sich treffen und dann kann man da sich Autogramme und weiteres holen und Fotos mit seinem, Lieblings-Youtuber machen. So, zweitens, zum Beispiel, habe ich jetzt hier mal als Beispiel Gronkh einfach mal genommen, die werden zum Beispiel eingekauft von Firmen und sind dann bei Shows zu bewundern. Das heißt, jetzt ihr Games zum Beispiel hat den Gronkh jetzt eingekauft und die präsentieren jetzt irgendein Spiel und der Gronkh präsentiert das dann einfach und schmeißt dann noch ein paar Sachen mit rein und so. Also, einfach mal auch auf den Shows achten. Oben ist dann so ein Banner, steht da Schau, bla 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 und dann auch mit wem zum Beispiel, wenn ihr an einem Stand vorbeigeht. Da könnt ihr dann zum Beispiel stehen, irgendwie, heute Schau um 4 Uhr mit Gronkh. So, und dann könnt ihr den da zum Beispiel auch treffen, erstmal sehen. Der erzählt euch dann noch irgendwas über das Produkt, keine Ahnung, also so ein bisschen, ist schon was für Werbung halt, darum wurde ja auch da eingekauft. Aber da könnt ihr ihn treffen und danach meistens noch Zeit für Autogramme zu geben und was. Aber da ist natürlich sehr viel los und sehr viel Gedränge, weil da wollen natürlich auch viele hin. Oder zum Beispiel, wie es letztes Jahr war, hatten die ein Let's Play XXL. Das war hier in der Halle 11 oben und da konnte man aber nur mit bestimmten Tickets rein, die man dann auch nochmal gewonnen hat oder irgendwo halt bekommen hat und da konnte man sich das anschauen. Also, die machen dann auch irgendein Schauprogramm für sich, von sich selbst aus vielleicht auch, ja. Also, da muss man sich informieren bei den YouTuber einfach, wie und wo der auf der Gamescom ist. Dieses Jahr habe ich jetzt versucht so rauszubekommen, ob die jetzt, oder wo die jetzt sind, hier, Gronkh Sarazan. Aber da habe ich jetzt nach langer Recherche jetzt noch nichts Großes rausbekommen. Die haben da wohl noch nichts Großes drüber gesagt. Wenn ihr wisst, wann die da sind, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Denn, ja, an welchen Tagen auch, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Aber ich denke mal schon, dass die da hinkommen, auf jeden Fall, weil die werden zumindest eingekauft, ja. Naja, gut. Dann gibt es noch, die YouTuber sind privater. Das könnte natürlich auch sein. Und die laufen herum und dann sieht man die 8. Ja, ist ja das. Und dann kann man sich die Autogramme holen und dann Fotos machen. Zum Beispiel, dass die einfach so in den Hallengelände so rumlaufen. Aber ist natürlich sehr schwer, weil sehr, sehr viele Leute da rumrennen. Und das ist sehr, sehr, ähm, ja, sehr schwer, da jemanden zu erwischen. Aber trotzdem viel Glück dabei. Versuche. So, dann, eigentlich das größte, sag ich mal, wo ihr YouTuber auf jeden Fall trefft, viele auch, ist der Video Day, der gleichzeitig mit der Gamescom ist. Die Gamescom ist ja von 13 bis zum 17. Der Video Day ist vom 15. bis zum 16. 10. Das heißt, es ist in Deutsch, ist die Messe das Messegelände. Und dann gibt es noch eine Arena, die, äh, jetzt, äh, jetzt, äh, Landschiss oder Lach, Landschiss, oder Lach, Landschiss Arena, ja, so. Und, ähm, müsste sie heißen. Und, ähm, das ist die, die auch im Hintergrund hier ist. Ähm, ja, da ist der Video Day und, äh, das sind einfach nur, äh, halt, die ganzen YouTuber sind auf einem Platz. Und dann kann man da hingehen und sich die, mit den Reden Fotos machen. Und, das ist halt ein großer, großer Treff halt. Also ein großer YouTuber-Treff mit ganz vielen YouTuber und mit ganz vielen Leuten halt extra. Und auch ein Schauprogramm natürlich, wie man hier im Hintergrund auch sieht. Ähm, ja. Entschuldigung. So. Äh. Aber, da muss man sich natürlich entscheiden. Gehe ich zur Gamescom oder gehe ich zum Video Day? Weil die halt gleichzeitig sind. Und, ähm, da doppelt Karten, weil das ist jetzt, das ist jetzt Freitag, Samstag, Samstag. Ähm, und Samstag, denke ich, heute sind die meisten da. Aber die Gamescom, da muss man halt gucken, was man lieber mag. Wenn man jetzt nur für YouTube, wenn man nur YouTuber sehen möchte, dann gehe ich zum Video Day. Dann gehe ich nicht zur Gamescom. Weil das ist bei der Gamescom einfach, es geht sich ja um die Spiele und nicht um die, um die Leute, die es dann da spielen. Schon gibt es natürlich Leute, wie Gronk und so, die das dann auch anprisen. So Sachen neue. Aber Video Day ist dann für die Leute das Richtige. Und, ähm, da muss man auch für Tickets haben. Also vor dem Eingang kann man auch noch warten und sich alles machen. Aber wenn man für rein und für dieses Programm gibt es hier einmal die, ähm, Tagesticket, ja. Gibt es hier, da ab 10 Uhr, Samstag, bla bla bla, kostet so viel hier, ja. Also, äh, aufgerundet 26 Euro ist schon, finde ich, sehr teuer, weil die Gamescom-Karte viel, viel günstiger ist, ja. Okay, Samstag ist jetzt schon ausverkauft, ne. Ich rede jetzt von 2014. Ähm, jetzt zur Zeit noch 19 Tage bis zur Gamescom. Und, ähm, ja, sind wir schon alle gespannt drauf. So, das ist, naja, dann hier auch nochmal irgendwie so ein anderer Bereich, hab ich hier, ähm, gefunden hier. Ein Ticket dafür kostet aufgerundet 16 Euro. Da ist die Gamescom immer noch billiger bei. Aber wer es halt möchte halt, ne. Und hier einmal für, äh, äh, noch irgendwie einen Stellplatz, ähm, der ist auch nochmal ein Rap, Rap am Mittwoch. Also, irgendwie so hat, keine Ahnung, ich hab jetzt mir nur die Preise mal rausgeholt oder was halt hier angesagt wird. Das war jetzt aufgerechnet, äh, hochgerechnet 12 Euro. Das ist einfach nur hier unter Tickets und die hab ich jetzt gerade mal rausgenommen. So. Und das, äh, war es jetzt eigentlich schon. Ne, da gibt's noch eine Möglichkeit. Die fünfte Möglichkeit ist einfach, du hast einen Presseausweis, zum Beispiel Mittwochs, oder du bist ein Fachbesucher. Ja, und die sind da auch unterwegs, Mittwoch ist ja ein bisschen weniger los, oder du hast einen Presseausweis, oder du kommst in diesen Business-Bereich und da sind die dann, wo halt ein bisschen alles lockerer ist oder ein bisschen weniger Leute sind, wo man das dann auch, die Leute besser sehen kann. Ja, genau. Ja, das war's eigentlich. Achtet einfach bei euren Lieblings-Youtuber, ähm, da drauf, ähm, was er reinschreibt, Facebook, wo sie sind und so. Und dann werdet ihr Gronkh, Sarah Zahle, Floyd und alle anderen da bestimmt auch sehen, weil, ne. Das ist eigentlich ja die Messe, wofür sie auch ihren YouTube-Kanal eigentlich ja auch haben, ne. Okay, Floyd jetzt eher so nicht, die hat ja auch ein paar mehrere, aber der macht ja auch höpstisch die Infos. Aber jetzt Gronkh und Sarah Zahn und noch weitere und, äh, Dana war auch irgendwie, ähm, irgendwie letztens im Newsletter drin, dass der auch irgendwie irgendwas da macht oder, äh, also, die sind da schon sehr aktiv. Und gerade Leute, die halt hauptsächlich Spiele machen, Let's Plays, einfach mal drauf achten, wo die sind, sich rumtreiben, ja, einfach auf den YouTube-Kanal bei denen gucken. Und, ja, dann wisst ihr, wo ihr eure Lieblings-Youtuber treffen könnt. Und, mein Name ist der Kurze, ich verabschiede mich hier jetzt, ähm, viel Spaß auf der Gamescom, wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Wenn ihr noch weitere Infos und auch weiter auf dem Neuesten bleiben wollt mit der Gamescom, einfach mal abonnieren, wenn ihr supporters drauf seid heute. Und, dann, ähm, könnt ihr auch einfach auf den Kanal gehen, wenn ihr weitere Infos über die Gamescom haben wollt, unter der Playlist, ähm, Gamescom, gibt's auch noch weitere Tipps und Tricks und noch alles Weitere zur Eintrittskarte und noch vieles mehr, ähm, was man alles zu beachten hat auf der Gamescom und wie man am besten reinkommt und so ein paar Tricks halt. Ja, ich verabschiede mich hier, viel Spaß auf der Gamescom, mein Name, wie gesagt, der Kurze und auf der Gamescom hab ich immer so einen Strohhut auf, wenn man sich sieht. Sehr, sehr voll ist es da, aber wenn man sich sieht, dann mal alle sagen oder so, ja, ist sehr cool da. Also Leute, auch wenn ihr das erste Mal dahin geht, seid gespannt, oder gerade dann, ja, gerade dann. Gut, dann bis zur Gamescom, viel Spaß, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.